Wann zur Hölle kommt der Bitcoin-Spot-ETF und was passiert dann mit dem Bitcoin? Wir befinden uns jetzt gerade in einer der entscheidendsten Phasen, wenn es um die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs geht. Denn das hat großen Einfluss darauf, wohin die Kurse in den nächsten Wochen und Monaten gehen werden. Übrigens, die Google-Suchanfragen nach Bitcoin-ETF gehen aktuell komplett durch die Decke und die Aufmerksamkeit ist aktuell riesig. Heute werde ich dir ein Update zum aktuellen Stand geben, damit du perfekt auf die bevorstehenden Ereignisse vorbereitet bist. Denn du musst wissen, die ganze Geschichte der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA ist echt ein langer Weg. Schon seit Jahren versuchen die großen Player grünes Licht von der SEC zu bekommen. Die SEC, also die Börsenaufsichtsbehörde in den USA, hat da letztendlich das Sagen und bisher haben die konsequent alle Anträge immer wieder abgewiesen. Aber letztes Jahr hat sich das Blatt dann doch gewendet und die SEC stand plötzlich im Gegenwind. Und dann kam noch ein richtig schweres Kaliber mit ins Spiel und zwar BlackRock. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und hat riesengroßen Einfluss darauf, wenn es in den USA zum Beispiel um Genehmigungen geht für eben entsprechende ETFs. Und BlackRock hat nicht nur in den USA große Macht, sondern weltweit. Und als ob das jetzt nicht schon genug wäre, haben US-Gerichte letztes Jahr auch noch angefangen, die Entscheidung der SEC, der Börsenaufsichtsbehörde in Amerika zu hinterfragen. Also, das bringt die Behörde natürlich ordentlich unter Druck und vielleicht eben entsprechend könnte das der Trigger sein, um einem möglichen Bitcoin-Spot-ETF zuzustimmen. Denn damit sieht es jetzt erstmal so aus, als würden die Chancen für eine Genehmigung besser stehen als je zuvor. Aber die große Frage bleibt, wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass die Zulassung kommt und könnte das sogar schon diese Woche passieren? Viele haben ja schon den Mittwoch im Blick. Am 5. Januar hat die SEC nämlich einen wichtigen Schritt gemacht und die 19 B-4 Änderungsanträge von den Antragstellern angenommen. Das ist erstmal ein ziemlich großer Schritt im Genehmigungsprozess. Jetzt geht es um die S1-Anträge. Bevor die ETF-Anteile an den US-Börsen gehandelt werden können, müssen nämlich diese Anträge durch sein. Und das ist noch ein richtig wichtiger Punkt auf der Checklist. Aber kürzlich gab es dann die News, dass fast alle ETF-Antragsteller ihre angepassten S1-Anträge eingereicht haben. Damit wären auch diese ETFs theoretisch launch-ready und warten lediglich auf die Genehmigung der SEC. Das heißt, jeder hat seine Hausaufgaben gemacht und jetzt geht es darum, dass die SEC einfach Ja sagt. Aus eben diesen S1-Anträgen ging aber auch die Gebührenstruktur der Antragsteller hervor. Und das ist natürlich sehr interessant, denn diese liefern sich ein regelrechtes Gebührendumping. Das heißt, Bitwise hat die günstigsten Gebühren mit 0,24%, gefolgt von ARK Invest und FineEck gleichzeitig mit 0,25%. Das heißt, die Anbieter wollen sich eigentlich gegenseitig unterbieten, um das attraktivste Produkt am Markt zu bieten. Und dann gibt es natürlich die Gerüchteküche. Also, manche Experten denken, dass die Genehmigungen für die Bitcoin-Spot-ETFs vielleicht sogar vor dem 10. Januar kommen könnten. Und das ist natürlich ein Schlüsseldatum, weil es das Ende der Prüfungsfrist für die Anträge von ARK Invest und 21 Shares markiert. Eric Balchunas, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ganz im Ernst, von Bluemark, ein sogenannter ETF-Spezialist, ist ziemlich zuversichtlich. Er meint nämlich, dass die SEC schon Anfang dieser Woche grünes Licht geben wird. Er hat vermeintlich gehört, dass die finalen S1-Anträge am Montagmorgen fällig sind, um alles für einen Start am 11. Januar zu ermöglichen. Mit den S1-Anträgen lag er immerhin schon mal richtig. Aber nicht alle sind natürlich so optimistisch. Das heißt, viele US-Finanzexperten sind eher vorsichtig mit ihren Vorhersagen. Eine Umfrage hat nämlich kürzlich auch gezeigt, dass nur 39% der Finanzberater in den USA glauben, dass dieses Jahr überhaupt ein Bitcoin-ETF durchkommt. Ich wende dir an dieser Stelle einfach mal eine aktualisierte Version der Deadlines rein. Das heißt, die erste entscheidende Deadline ist die bereits angesprochene am 10. Januar. Hier geht es um die Anträge von ARK Invest und 21 Shares. Wichtige weitere Termine im Januar sind zum Beispiel der 14. bis zum 17. Da erwarten uns nämlich noch einige. Sollte es zu Verschiebungen kommen, liegen die nächsten relevanten Events erst wieder im März 2024. Und ich habe auch erst kürzlich auf meinem Kanal eine Umfrage gestartet. Und ich glaube, 25-30% haben tatsächlich dazu gestimmt, dass der ETF wahrscheinlich erst im März durch ist. Wie du siehst, gibt es natürlich jede Menge Meinungen und Spekulationen rund um die Genehmigung der Spot-Anträge. Mein Rat an dich an dieser Stelle, mach dich bitte nicht verrückt, gerade von kurzfristigen Gerüchten. Dieses Jahr wird nämlich für den Kryptomarkt richtig spannend. Und du solltest das Game daher eher langfristig betrachten und langfristig auch spielen. Lass mich dir zum Abschluss vielleicht einfach nochmal den einen oder anderen Gedanken mit auf den Weg geben. Was die Genehmigung der ETFs angeht. Vor ein paar Monaten waren wir uns noch nicht so sicher, ob das Ganze kommt oder nicht. Aber jetzt sieht es ziemlich gut aus und es geht relativ schnell und rasant. Es gab wichtige Änderungen bei den Anträgen, Werbekampagnen, viele Treffen mit der SEC und Insider-Infos. Danach gab es dann natürlich auch die Anstiege nach der Ankündigung. Denn wenn die ETFs wirklich genehmigt werden, erwarten wir eine positive Reaktion im Bitcoin-Kurs. Aber denkt bitte auch daran, es wird keinen durchgängigen Anstieg geben. Das heißt, pauschal muss ich ganz einfach an dieser Stelle sagen, es ist richtig viel FOMO im Markt. Die Leute haben Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht ist es berechtigt. Aber wenn ein Bitcoin-ETF da ist, dann heißt es in erster Linie erstmal, dass der Weg da ist für weiteres zusätzliches großes Kapital. Und das heißt eigentlich, das ist eine sehr, sehr bullische News für eine langfristige Angelegenheit. Kurzfristig vielleicht noch nicht mal, dazu gleich mehr. Dann lass mich dich das ein bisschen detaillierter vielleicht nochmal erklären. Viele erwarten jetzt einen riesigen Anstieg. Aber nach der ersten Aufregung wird sich das wieder legen. Bitcoin wird nicht non-stop steigen. Auch nicht ohne Korrekturen steigen. Auch nicht mit einer ETF-Genehmigung. Das wird einfach nicht passieren. Die Sell-the-News-Fraktion wird vermutlich erstmal enttäuscht sein, weil der Markt erstmal positiv reagiert. Dennoch werden viele enttäuscht, die vielleicht einen Mega-Anstieg erwarten. Ja, das heißt, dass man dann denkt so, hey geil, wir stehen bei 45, 47k und jetzt gehen wir auf die 100. Das wird in meinen Augen so schnell nicht passieren. Das heißt, diejenigen, die einen Mega-Anstieg in kurzer Zeit erwarten, die werden erstmal enttäuscht werden. Und vermutlich gibt es dann sogar nochmal eine kleinere Korrektur. Was Altcoins dann betrifft, wird es dann hier vielleicht sogar gerade bei einem Bitcoin-Anstieg, bei einem heftigeren Anstieg, sogar größere Korrekturen geben. Oder es kann zu größeren Korrekturen führen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, und ich lehre mich da jetzt so ein bisschen aus dem Fenster, in dem ich vielleicht nicht das tue, was alle tun und berichte über Rekordergebnisse oder 100x. Das ist mir aber auch wurscht. Bin ich hier, um everybody's darling zu sein. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir trotzdem nochmal eine Korrektur in die Region von 30.000 bis 35.000 US-Dollar erwarten. Was das bullische Szenario, in dem wir uns nach wie vor befinden, aber nicht negiert. Das heißt, ich bleibe trotzdem bullisch, auch wenn das passiert. Aber eine Korrektur auf 30 bis 35k wäre niedrig genug, damit bestimmte Menschen wieder verkaufen. Und es wäre aber auch trotzdem hoch genug, damit die Bären den Kauf auch verpassen. Und das wäre erstmal wichtig. Das heißt, versuche ich jetzt nicht zwangsläufig, den Markt kurzfristig zu überlisten, zu timen, Positionen großartig vorher aufzubauen. Und in solch einem Fall würde ich nicht dazu raten, zu verkaufen, um niedriger wieder einsteigen zu können. Also spiele das Game lieber langfristig, lasse dich nicht von kurzfristigen Spekulationen ablenken. Und wenn noch nicht bereits geschehen, dann lass mir an dieser Stelle einfach mal ein Abo da und ein Like, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und natürlich kein weiteres wichtiges Event im Cryptospace zu verpassen. Ich danke dir vielmals.